Nervig, aber vollständig. Fast vollständig. Da fehlt noch was. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Die wir jetzt auch ganz schnell holen. Ja, irgendwie muss ich das alles immer dreimal spielen, aber gut. Das Ende ist auf jeden Fall cool. Da müsste er dabei sein. Äh, Ikana Canyon. So, dann speichere ich jetzt mal, bevor ich vorspule. Ich muss das so oder so vorspulen, um zum Horror-Kit zu kommen. Und ich müsste auch mal eben gucken, ob ich noch genug speichere, um das richtig zu machen. Ah, febräunig. Ich kann mich am Ohr schlecken. So, speichern. Und mal eben probieren, ob ich da runterrollen kann mit Anschwung. Ob das geht, ob ich dann nicht ins Wasser falle. Aber ich hab gar kein Mana. Geht immer besser heute. Ah, geil. Dann kann ich jetzt knicken. Egal. Ah, ja. Sarkonstar, oder wie der heißt. Der Dieb. Der Dieb. Okay, 10 Gigabyte hab ich noch. Eben beim Halbsterben nachgeguckt. Und das reicht für, würde ich sagen, 10, 15, 20 Minuten. Und dann rendere ich noch so 5 bis 10 Videos und dann sehen wir uns auch wieder ab. Und dann zog ich auch durch. Wahrscheinlich mit dem Kommentator wieder. Wenn ihr mal irgendwie kommentieren wollt mit mir, dann meldet euch. Skype und so ne Scheiße ist ja auf meinem Profil. Könnt ihr mich adden? Äh, ja. Und speichern. Und vorspuren. Bam, bam, bam. Ja. Bam. Okay, Nacht des zweiten Tages. Wir müssen aber zur Nacht des dritten Tages. Ich muss immer alles doppelt spielen. Ist ja toll. Höh. Boah, bei Twilight Princess fand ich das ja bescheuert. Habe ich zwar nicht wirklich gezockt. Aber ich habe jetzt mitbekommen. Das Jaulen des Hundes zum Beispiel. Das war ja dann nie die Musik-Alternative. Oh, beim ersten Mal. Gummibärchen habe ich auch noch hier. Gummibärchen. Ne, das sind so Cola. Cola-Bärchen-Dinger. Wo ich meistens immer den Deckel abesse und dann den Rest. Ich habe jetzt die komplette Packung in den Mund genommen. Ich frage mich gerade, wo das war, wo der Typ hing, ähm, hingegangen ist. Hm, komisch. Wo muss da eine Hölle sein? Aber so eine Höhle von dem, ähm... Ähm, 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 von den Zombies war das nicht. Oder doch? Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Ja, ihr habt die Gräber bewacht, kennen wir schon von vor 100 Parts. Oh nein! Öffnet das Grab. Oh, da ist es bestimmt nicht drin, da glaube ich nicht. Oh doch, echt? Wow. Okay. Hey, sie sind da, geh weg! Achso, ups. Du, du, wer bist du? Ich kann nichts sehen, es ist zu hell. Du bist kein Geist, oder? Ja, genau, es ist zu hell für den. Ein fehlend Kind. Oh, so war es das Licht der Fehl in diesem Fall. Da bin ich höchst erfreut. Achso. Ich suchte nach dem königlichen Schatz, doch meine Fackel ging plötzlich aus. Du würdest nur vor mir hergehen und der Weg will mich auch ausleuchten. Äh, ausleuchten. Führe mich an den Ort, von dem du glaubst, dass dort der Schatz verkrampft sein könnte. Ich würde den Schatz auch mit dir teilen. Ich zähle jetzt auf dich. Okay, ich speicher. Und hier... Warte mal, wie ging das nochmal? Ich musste den... Da war ein Schalter oder sowas. Boah, nee, die Schattenhack ist hier. Ah, hier muss er hin. Verbringt denn das, hier drauf zu stehen? Achso, ich glaub, wir müssen beide hier drauf sein. Ja, komm doch her, du Affe. Ach, Spasti, ey. Aber der sieht mich ja nicht. Genau, ich muss den anvisiert halten. Oh, boah. Wie lästig. Sehr lästig. Boah, jetzt lauf doch mal. Ja, da ist der Schatz bestimmt nicht. Das glaube ich nicht. Deswegen grabe ich da erst gar nicht. Oh, fick dich doch. Ach, der läuft doch immer direkt zurück, anstatt einfach mal geradeaus zu laufen. Aber nein. Hä? Ja, okay. Ja, okay. Möchtest du, dass ich hier rabe? Ja, mach kurz. Ein sehr begabter Gräber, wie ihr seht. Der kann... Der kann... Ein... Mit einem Ruck alles hochheben. Ist egal, wie tief das ist. So, ja, komm. Ah, okay. Anscheinend ist der ein bisschen fetter als ich. Oh, fuck. Oh, nein, ey. Juhu, das habe ich mich schon immer gewünscht. Wo ist er denn jetzt? Oh, mein Gott. Ich kann nicht wieder mit dem reden. Wo warst du plötzlich? Warst du verschwunden? Da ist alles, worauf ich mich stützen kann. Ja, dann komm. Boah, ätzend. Du behindertes Kind. Bist du behindert? Behindert, behindert. Ich gucke mal eben, ob ich noch... Oh, Mist. Kann ich jetzt nicht nachgucken. Geh bloß weg. Ich schaue mal eben, ob ich noch weitermachen kann. Sechs Gigabyte. Ja, das sollte für ein Part reichen. Hoffe ich. Hoffe ich. Sehr stark. So, und das Coole ist, ich weiß so ganz genau, ich speichere mal eben, dass der immer runterläuft einfach. Eiskalt, der springt von da unten runter. Den erinnere ich mich ein bisschen an den Butler von Tomb Raider. Hier ist er. Komm her. Ja, feiner Grabwächter. Ja, du bist ein feiner Grabwächter mit einer dicken Lippe. Hoffentlich ist das hier. Ich hab so keinen Bock mehr da drauf. Ja, ich will das, ihr Gräbs. Mach doch einfach. Ja, will ich. Bitte, 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 bitte. Ach, alter Schwede. Ja, komm, spring runter, Link. Alter, ich, ich hab da herabgedrückt. Ja, okay, wenn du meinst. Ich spring hier halt so runter. Komm. Du jumpst auch gerne da runter. Yeah, bam. Du hast da drauf. Ja, verdammte Kacke. Ich hab ja gar nicht mehr so viel Zeit. Sieben Uhr schon. Wir sind auch schon, äh, passiert, dass der dann einfach auf die...